Oh! Oh! Yes! Yes! Oh! 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 God! Herzlich! Willkommen zu der Beine Aufheideg auf der Beine. Mein Name ist Karte. Wir gehen rein. Wir haben Spaß. Äh, wir machen... So, Maggie. Ich merke, du bist heiß auf den Kill. Ich bin auch heiß auf den Kill. Wie ihr meinen, äh, Winstreak gerade gesehen habt, der ist Minus 2. Deswegen... Heißt du es jetzt? En spacken zusammenkneifen und loslegen. Wir müssen rein, töten und dann spazieren wir in High Heels wieder raus. Ist das klar, Maggie? Du brauchst mich jetzt gar nicht so angucken mit den komischen rosa... Äh, mit deiner komischen roten Schleife, die du da um hast. Ist traurig, das Ding. Das Ding ist traurig, okay? Bam. Die Sache ist geklärt. Oh, Maggie, du nervst. Oh, dich anzugucken. Oh, es ist so schlimm. Oh, Maggie. Wir sind nicht hier bei The Simpsons. Mein kleines Fräulein. Wo der eigentlich... Wie du aussiehst. Geil. Nein. Nein. Ach, mögt der Fuß. Das ist gerade unpassend. Das ist gerade sehr unpassend. Ach, komm jetzt. Goldraum. Ich würde gerne einen guten Goldraum haben, mit dem ich auch arbeiten kann. Nein. Ähm... Irgendwie verbringe ich die ersten 5 Minuten des Parts immer nur mit Rerollen. Ich weiß auch nicht, warum. Dr. Vietes. Lass uns Spaß mit Dr. Vietes haben. Hier, Friss. Friss. Alter, das wird die Bomben-Sache. Oh, shit. Dr. Vietes fetzt. Hier, Friss. Friss. Hier, Friss. Oh, fuck. Hier. Friss. 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 Hau ab! Hau ab! Ihr seid mir nicht ganz geheuer. Oh, lalalalalalalalala, lecker über der Quaster. Bäm. Bäm. Läuft bei mir, was ich sagen. Hier, Friss. Nö, auf den Stab. Nö, auf den Stab. Darauf nicht, okay. Ich hoffe nicht, okay. Dann hier. Okay, mimmisch. Hier? Okay. Äh, hier, Friss. Hier, Friss. Nein, ich bin so behindert. Was mache ich denn? Oh, Mann. Hier, Friss. Alter, okay. Hey, krasser Shit. Hier, Friss. Hier, Friss. Alter. Bam. Shit, Alter. Shit. Ja. Bam. Oh, fuck. Ähm. gut gut oder nicht gerne natürlich nicht gerne ich bin raus und kann ich ja umsonst und ging es rumgehen aber es ist möglich alter tschüss hier ist scheiße am luft und nein doch und Stinkt mir das etwas. Oh, Alter. Jetzt bringen wir den Scheiß her. Danke. Alter, krasser Shit. Der Hammert das einfach so. BAM! Alter. Oh, nee, der Scheiß. Oh, Fick. Wenn mir so scheiße langsam wäre, Alter. Alter, ich würde Limbo tanzen. Oh, dein Grab. Oh, fuck, stopp. Alter, das ging so schnell, das ist nicht so. Oh, das ist so fertig, das Ding. Oh, jetzt mal. Okay, ist hier oben los? Okay, ist hier oben los. Okay, geht's weiter. Und ich hab'n Bob-Item schon. Oh, fuck. Oh, fuck. Hammer. Nein. Alter! Krasser Shit. Okay, hier ist nichts und geht's weiter. Ich seh' auch nichts. Das ist schon mal scheiße. Ich bin ein Freund von, von guter Sicht. Okay, ich hab'n Geheimraum. Äh, Geheimraum. Nimm. 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 Okay. Okay. Ich bin weiter. Hier frisst. Fuck. Hier frisst. Ich wär' fast ins Feuer gelaufen. Entschuldigung. Hier frisst. Hier frisst. Hier frisst. Hier frisst. Goldrampe, du. Scheiße. Toll. Danke. Ich würd's nicht sagen, wie soll ich denn das jetzt machen? Oh, eh ist klar. Äh, Jero Rune. Äh, die nehm' ich schon mal. Die ist geil. Äh, Bupity nehm' ich auch. Bupity und... Oh, da oben ist der Goldrampe. Ich verstehe, ich verstehe. Jero nehm' ich mit. So, jetzt wird da alles hell. Scheiße. Wart mal. Ich kann mir doch bloß rausspringen. Oh, das ist geil. Nimm' ich. Und mein Geld hat sogar gereicht. Krasse Typ. Wie ich das wieder mache, ist ja der Wahnsinn, Alter. Hier frisst. Ich bin, äh, schon... ...quasi selber auf mich gehypt. Das Rottenbaby. Oh shit. Jetzt brauch ich nur noch dieses geile Mungo Baby und... Oh ne, die Sache ist komplett. Die Sache ist komplett. Rottenbaby, Alter, mein liebes Bekleider. Das wird geil, wenn die schon mal... Fuck! Hier frisst. Ich bin natürlich schmied' nicht. Oh, rotz. Erster Rotz. Rotz. Noch Rotz. Ich krieg noch... Oh, das ist so kacke. Natürlich würde ich ja nur, äh, Lärmplatt machen. Fliegen wär geil. Fliegen wird natürlich extremst feiern. Fliegen ist hier frisst. Oh fuck. Oh yes! Ich hab jetzt... Was? Alter! Du Stück! Och dann, wie... Alter, dann... Steck dir deinen Scheiß sonst wo hin. Meine Fresse! Hier frisst... Nein! Krasser Typ. Krass. Oh. 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 Oh, ich war... Fick dich. Ich wollte es nur sagen, Alter. Verlangs an der Zeit, dass du nachts zu uns trittst. Gut, Hammer. Ist auch nichts, okay. Also hier, hier ist noch ein Pilz. Okay. Okay, okay, okay. Hier ist kein Pilz. Okay, hier ist schon mal nichts. Die Zecke ignorieren wir einfach mal. Oh, das war's. Hier frisst. Frisst. Oh, jetzt hab ich da ausgekoppelt. Krasse Typ. Hier frisst. 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 Ich kann sagen, was du willst. Einfach nein. Übelster Typ. Okay, das war zu nichts. Okay, ich könnte hier die Ebene skippen. Lass mal aber. Den Scheiß. Weil. Ich tue mir gerade selber weh. Rottenbaby, du kannst ruhig, äh, schneller spawnen. Rottenbaby. Rottenbaby. Du bist so ein Affe, ey. Trotz mag ich dich. Ich würde gerne denken, Geldraumfitteln. Hier frisst. Oh, fuck. Ich dachte. Ich hab gedacht, ich kann da durch. Ich bin so dumm. Wie man, der muss es. Alter. 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 Stopwatch war natürlich. Achso, ich kann mich da hin. Oh, die Stopwatch war so geil. Ah, nee. Ist ja auch gar nicht das Stopwatch. Das ist die Andro. Die kaputte. Die, ich glaube, die macht random shit. Also, random langsam. Dingsbums. Nö, dann will ich nicht. Also, ich bin Feuer und Flamme, Baby. Ich bin Feuer und Flamme. Krass. Ja, shit. Oh, fuck. Da gibt's, da gibt's keine Überlegung. Was sind die Andro? Ach hier. Hier, frisst. Achso, ich kann... Hm. Nehme ich das scheiß Buch mit? Okay. Ich hab's mir ausgesucht. Ach, scheiß drauf. Hallo, meine Freunde. Pippe durch. Geheil. Ne. Halt die Fresse. Ich kann hier durchlaufen. Ne, warte mal. Achso, da ist ein Loch. Ich bin so dumm, Alter. Ich hab's gerade gewohnt. Ha, hat keiner durchlaufen. Aber auf einmal ging's noch weiter. Lass mal an den Zeiten. So, was haben wir denn hier... Ey, Alter. Bleib ruhig. Bro. Hier, friss. Oh, fickt doch die Henne. Okay, das war scheiße. Das war richtig scheiße. Alter, stell dich nicht so behindert an. Stell dich doch einfach nicht behindert an. Damit hast du schon einen großen Dienst gemacht. Wenn du dich schon einfach so... Wenn du dich schon einfach so behindert anstellst. Alter, das wäre klasse. Das wäre... Du bist... Alter, du hast... Okay. Okay, das war zu nichts. Aber, wenn wir das jetzt zumachen... Wird das. Wird das. Oh, ich bin so... Das ist ein Typ. Oh, die Batterie... Ich krieg mir alle Fälle das Herz, die Batterie, den Schlüssel und das Herz könnte ich mir quasi verdoppeln. Wie die Karte... Bruder. Ich mach's einfach so. Und heb mir den Scheiß auf. Oh, Mann. Geh's mal auf den Sack, mein Freund. Achso, ich muss eh. Ich mach's noch gar nicht. Dann friss. Cool, danke. Äh... Hä? Ah, ich muss eh. Ah, okay, ich muss eh. Hier, friss. Oh, Mann. Scheiße, das Typ. Fuck. Fuck, Typ. Ey, du Bastard. Ich nehm das. Größere Bomben, größeres Boom. Das ist ja 1014. Das ist ja 1014 nicht mehr. Scheiß drauf. Ähm... Ist schon scheiße. Ist schon scheiße. Der ist tot. Der ist tot. Nein, ist der Typ. Oh, fuck. Brimstone. Nein, ich bin so behindert. Warum renne ich denn da auch durch? Oh, ich geh zu kotzen. Hier, friss. Oh, ich geh zu bröckeln. Manche spiele ich ohne Scheiße zusammen. Ey, das ist der pure Wahnsinn. Das ärgert mich selber. Das ist so beschissen Spiel. Oh, ne Witz. Oh, shit. Okay, weiter geht's. Krasser Typ. Krasser Typ. Oh, fuck. Oh, dann sag mal. Wollen wir so. Dann sag ich euch. Fickt euch. Zack. Geh wieder rein. Oh, was? Aber das. Der Ende ist nicht mehr farbig. Also, jetzt ist es nicht. Reden wir nicht drüber. Das fand ich so. Ich soll die nicht so rüberkommen. Wie ich das gesagt hab. Okay, ich hab schon mal gerade dran gefunden. Oh, nein. Das macht der Scheiße. Oh, ich will sterben. Ich will einfach nicht sterben. Ich will einfach nur sterben. Ich will einfach nur sterben. Ich will einfach nur... Oh, fuck. Hier fliegt dich. Ich will einfach nur wie in Müll zusammen spielen. Ist ja der pure Wahnsinn. Das ärgert mich schon teilweise dasselbe. Oh, fuck. Der ist voll... Der ist voll in das Feuer gerauscht, würdest du fast sagen. Hier fliegt... Oh, fuck. Das war... Alter! Das war B mit uns. Krass. Okay, das war auch krass. Oh, nein. Oh, krass. Krass, 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 krass. Das war scheiße. Ich hab gleich zwei Herzen verloren. Alter, was ist denn los mit mir? Oh, fuck. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, was mach ich denn hier? Ich mach wieder scheiße. Ich mach wieder scheiße. Oh, Mann. Ist klar. Wieder langsam Maggie das machen. Läuft. Ihr habt echt einen Schatten. Ohne Witz. Wer kommt denn auf so eine beschissene Idee, Alter? Bro, das war... Alter. Ist klar. Ihr Fick. Hier, nimm das. Oh, Gott, genau. Hat rangenommen, hier. Zack, hier. Die nächsten, bitte. Ich würde sagen, schon im Goldraum geöffnet. Also, äh, nicht im Geheimraum. im Goldraum war ich ja... vor uns schon. Okay, dann hab ich schon... Hat rangenommen, zack. Sehr nice. Oh, cool. Muss zum Tod machen. Was? Bro. Fuck, das hat doch wieder gelebt. Was? Ah, das große Feuer tut drauf. muss ich nicht regieren. Oh, ne. Alter. Alter. Oh, holy shit. Holy shit. Holy shit. Oh, fuck. Holy shit. Krass. Das ist mich gerade aus meinem Spiel rausgetippt. Nice. Hier, nimm. Nimm. Nimm alles. Nimm alles, was du kriegen kannst, mein Freund. Nimm alles, was du kriegen kannst. Hier, frägt. Hier, friss. Friss. Ja, ne, ist klar. Was ist denn los mit dir, alter, bro? Holy shit. Holy shit. Gut, das war... Yeah. Ich glaube, mein PC... Also, ich bin gerade etwas rum. Dank. Oh, leck. Oh, mir. Krass. Ja, nimm. Nimm. Nimm alles, was du kriegen kannst. Okay, hier ist schon mal nichts. Oh, nee. Oh, alter. Wie ich da rausgekommen bin. Alter. Hier, friss. Alter, shit. Nein. Ich bin voll. Ich bin voll mit Leben und Schlüssel. Nimm mich ja, zack. Geil. N-Pubi-N-Eldorado. Ach, scheiß drauf. Sind N-Pubis? Nein. Nein. Oh, fuck. Wird das denn? Oh, cool. Krass. Dort. 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 Oh, Mann. Wie soll ich dich treffen? Okay. Ich will sagen, das hat sich erledigt. Shop wäre geil. Suche mal den Shop. Nee. Mach keinen Sch. Oh, fuck. Oh, fuck. Hier, friss. Friss den Shit. Friss den Shit. Okay, der ist vorhin explodiert. Oh, nee. Hier, friss. Friss. Oh, shit, Alter. Mein Herz. Das macht mein Herz doch nicht mit. Ist schon mal sehr geil. Ist schon mal sehr geil, Alter. Sehr geil. Mein Name ist kleines Herz. Oh, fuck. Du Spons Scheiße, Alter. Ja, nee. Ist klar. Yes. Das war flipper-mäßig. Bäm. Mit Bande. Krass, der Typ. Hab ich überhaupt nen Geldraum schon? Hier, friss. Alter, da kannst du den krassen Typen, so wie mir, ganz einfach mal rein. Das geht nicht. Alter, da bin ich den. Alter, der Skill ist einfach vorhanden. Dann kannst du nichts dafür. Ähm. Goldraum sieht nicht so aus, als ich den schon hatte. Oh, fuck. Alter, schlägt kleine Rust. Äh. Nee, ist schon mal nicht da, wo ich hin will. Blind Damage am Arsch, Alter. Nichts mit blind. Hier wird gerockt. Aber heftig, mein Freund. Aber heftig. Zack, wieder mit Bande. Krasse Typ. Oh, kleine Fetus. Ja, Bäm. Der ist tot. Zack, zack, zack. Hammer. Hier ist sogar dran. Alter, du Sack. Oh, cool. Ein Playblatt nimm ich mit. Unbreakable. Boah, siehst du scheiße aus. Bro, was ist denn los? So, wir gehen dann weg. Geh kontiniert lang. Geh hier rüber. Da komme ich nicht hin, wenn ich nicht fliegen kann. Achso, Mutti. Mutti! Oh, fuck. Oh, fuck. Ich glaube, ich hätte das Ding ablegen sollen. Ich pfeife. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, cool, Gabi. Komm, scheiß drauf. Ich habe mal das ganze Set. So soll man es mal mit dir machen. Ich mache mir einfach tot. Ah, wenn ich stehen bleibe, passiert mir, glaube ich, gar nichts. Deswegen Unbreakable. War das so? Oh, geil, fliegen. Oh, geil, fliegen. Hau ab, Joppy. Ich schläge überall Brand, Alter. Der soll ja gar nicht mehr wissen, wo... Oh, fuck je. Der soll ja gar nicht mehr wissen, wo das Fakt ist, mein Freund. Ist der Pyromane, Alter. Krasser Shit. Gut. Nein. Oh, gut. Ausgewicht und gekonnt, Alter. Gekonnt. Okay, 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 okay. Oh, shit. Oh, fuck. Krasser Typ. Yes. Habe ich dich gekriegt? Habe ich dich gekriegt? Hm. Alter, fuck, oh. Oh, fuck. Das geile ist, ich muss einfach nur noch zum Boss. Alter. Weil ich popp' auch schon mal mehr Durchschlagskraft. Boss, wo bist denn du? Komm jetzt her. Ja, zack, 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 zack. Krasser Typ, Alter. Krass, der Typ. Die Nummer 1 gehört links. Okay, da ist vor Freude geplatzt. Kann ich gut verstehen. Kann ich gut verstehen. Und ich kann fliegen, was schon mal sehr geil ist. Alter. Okay, okay, okay. Okay, mein Freund. Okay. Okay. Locker easy. Locker easy runtergespielt. Geiler Typ. Shit, Alter. Empress. Empress. Ah, ha, ha. Da haben sie es zusammen zu sein. Oh, fuck. Da haben sie sich zusammen zu sehr gefreut. Ey, war alles zu gemint. Oh, ich bin schon irre. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, krass Typ. Was dumme ist, ich muss irgendwie... Okay. Okay, ich muss doch nicht. Okay. Ich nehme einfach mal an das hier. Krass. Okay, okay, okay. Wir gehen rein. Wir gehen... Ach so, scheiße. Nein, das war das Falsche. Ich bin so behindert. Ach, komm, wir tuneten hier doch, oder? Nö, komm. Du bist auch nicht von... 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 Irgendwas Ding gesenkt, oder? Bro. Anders kann ich mir grad den... Konnte ich mir grad den Verhalten, das so... Erklären. Hier frisst. Oh, fuck. Das war zu schnell. Oh, was mache ich dir für eine Krütze hier? Kann ich mir nach... Ich will... Ich will meinen... Ich will hier über... Ich will deinen... ...zittischen... ...Finger, Alter. sehr typ hochkonzentriert ja vor freude und nichts wie lust krass wird natürlich nicht sonst du wirst es werden bomben kommen von Okay, dann hätten wir sowas, okay. Obwohl ist jetzt schon geil. Das muss man einfach machen. Wir gehen einfach komplett straight durch. Krass. Oh, fuck. Oh, shit, Alter. Da hab ich mich gerade wieder erschrocken. Da hab ich gerade irgendwo ein kleines Pipi angesammelt. Oh, Mutti, du nervst. Mutti, verpisst dich noch was mit Leben. Oh, cool, das erklärt. So, kleiner Pisser. Das könnte krass penetriert. Und man denkt, hey, da mein Leben hat gar keinen Sinn mehr. Mein Leben ist verwirkt. Wie so ein krasser Typ vorbeikommt. Man denkt sich so, oh, alter. Der nimmt mich so hardcore. Ist mir egal, ich komm, Dings. Ich geh hin, wir haben den hier. Zack, voll. Ich geh wieder zurück. Sehen, aha. Wir müssen den Lärmblatt machen. Wir gehen runter und im Keller. Mit Insekten-Spray. Da kommst du die ganzen Fliegen dran. Alter, was ist denn los mit dir? Tja, so passiert's. Von Freude geplatzt. Okay, das war dumm. Okay, das war beschränkt. Auf meiner Seite. Ich muss es zugeben, es war einfach nur... Das war einfach nur behindert. Oh, Fick. Das war gerade Reflex. Oh, ja, ich hab keinen Bock auf dich. Auf die Abschnitt ist ich ganz Bock. Oh, cool. Ich such' gar nicht mehr die Geheimräume. Obwohl man mit ihnen ganz viel Spaß haben kann. Ich bin so behindert. Oh, cool, Dr. Boom. Äh, Mr. Boom. Zack. Warte, geht's. Oh, du riechst. Ich mach' einfach den hier. Okay, hätt' ich geklärt. Oh, jetzt kommt doch mal her. Oh, fuck. Du bist schon ganz, du bist schon krass unterwegs. Kann man sagen, du bist schon ein Hardcore. Du bist schon ein Hardcorer. Alter, mit Bande. Alter, mit Bande. Krass, der Typ, Alter. Was für ein Skill der Junge hat. Das war einfach nur beschränkt. Du weißt, was ich haben will. Du weißt, was ich haben will, mein Freund. Du weißt, wie du nicht. Du weißt, was ich will. Du weißt, was ich will. Alter, ich bin ein Dr. Fetus. Ich schläge dir eine Bombe unter den Arsch und lass' er hochgehen. Bro. Cool. und nein die und nein die ficken den highlander oder die sind so kacke ich kann kotzen gehen abgabe getroffen das kann mich doch wie das ewig dauern ok ich gebe weiter ihr kennt mich mal oh cool ich bin sogar richtig nein die muss ich jetzt machen ich muss hier den scheiß stein weg machen ich kann kotzen macht den tod jung oh fuck alter ich bin ein krasser typ oh ich bin so behindert ich kann kotzen oh ey ich stirb doch mal du selbst in der helleschmur mein freund oh fuck was mache ich denn oh fuck alter was mache ich denn äh wie soll ich denn jetzt die füße machen alter wie soll ich denn jetzt die füße machen oh fuck oh fuck oh fuck oh fuck oh fuck hau doch mal ab du kruppe verpiss dich aus meinem leben alter oh ich hab dich verdient irgendwas zu heißen ist mir egal ich hab ein blatt gemacht ist mir egal ich hab ein blatt gemacht ist mir egal ich hab ein blatt gemacht scheißegal oh fuck alter oh ich bin so ich bin leicht minimal aufgeregt yera ok 3 bombe ich bin stirb spinn oh fuck oh fuck mach kinder die roten kisten alles nur ne blanke verharsche oh fuck sorry krass krass mir fehlt in gabi alter bau scheiß dinger oh fuck alter war das knapp hier fiktig ich spreng dir den arsch weg alter bro bro nimm die bombe alter und jetzt stirb ich brauchte echt nur ins feuer locken wir chappies bier futter mein freund hier fress dass die große starkwurst bitch mitten in die fresse hier kannst du nur die ab und ab und nach machen von selta mein freund schlägt die oberste hin was du fressen kannst bei männer oder wie sie komischen bombe alter das ist doch eine krasse kopie von dem bombe wieser von selta oder jetzt mal ohne scheiß das ist doch sind doch dieselben ok das krasse ist diese das krasse die serie oder fast genau so aus oh fuck ich bin voll du hu alter wo ist er friss 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 oh du stück scheiße du sollst in mein feuer laufen du kunde ich bin so ein krasser typ ich bin so ein krasser typ oh NE alter was geht denn sex alter was ist denn los mit euch alter krassen typen alter alter ist alles rotz alter fickt euch perfekt euch alter du stück alter cool doch uns die meisten hier frisst of wagen alter alter schicks herzen wie geil ist das denn Faktion Monstrum alter Heidel Spiegel Cape alter das war dumm und dahinter aber Flipper hier frisst Eiii 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 Oah verrecke Oh mann Das war rekt doch du dumme Scheiße Ooooooh Shit Aber ich krieg zwei Herzen Ist schon mal geil welche Seite macht denn das Bestimmt irgendein scheiß missing page Holy shit Ihr fickt euch Fickt euch Ihr frisst Nimm Nimm Du sollst den Scheiß nehmen alter nimm Hier frisst hier zack Hier Lofensfeuer Eita was ist denn los mit Nein Oh alter warte mal kurz Okay ich krieg doch noch Schaden Okay Wir wollen doch was testen Hahaha Ich krieg doch noch Schaden Okay Ähh Ich geb hier runter Ähm Ich wollte eigentlich hier runter gehen Und dann seh ich Aha ist das scheiß was ich lande auf Dann merke ich Aha ist das scheiß was ich mach Oh fuck ich kann auch man ich hab wieder vergessen Oh nein Ich hab vergessen dass ich fliegen kann Ich voll trottel Ich hab echt die komische Fee Oh schon wieder okay Hier Bombenparty Bombenparty meine Freunde Alter hier hinten ist Alter hier ist nur VIP launch Mein Freund BAM Alter Schaut dass es bei meinen Bomben nicht geht Alter das war krank Ich glaub das war krank Cool speeder pillow ist sehr nice Noch kleiner Geil ich kann mich jetzt durch die lecke Oh fuck Oh fuck Fafafavafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafaha Ähm, achso. Okay. Leck! Naiss! Oh fuck, fick dich! Ne! Kamikaza! Arsch mein Freund! Speed down! Wie gewann so seraitran! hh hier ist feuer du seid brecken im feuer mein freund du bist das buch böse auf den schalterhauf mit ihnen die schild du ekel wie das mich an der lavas so kaffee der lavas so kaffee shit wieder richtig gekriegt hat alter ich war das gratierisch hier frisst lebt du wirst du feuer stehst oder pro das wirst du schon oder das ist schon bewusst bist im feuer alter ich würde mal dort weg gehen geht aber dort weg was ist denn los mit ihr alter du stehst im feuer hallo geht doch mal weg du tust dir noch weh alter mit bandel krasse typ ist das liebste trick shots hier locker sie aber das gemacht krasse typ das haben wir hier gekriegt magis faith es ist die seite startet die jetzt damit okay ja ich würde sagen das war locker flockig bei nick of isaac auf so prof mit seinem kamika zu meiner wenigkeit da habe ich mal gezeigt wer hier der king im ring ist mit hoffen geilen trick shots also mit bande und so was war schon da ist mit dr fit ist lässt schon mal sehr gut arbeiten habe spaß mit und ja ich würde mal sagen wenn ich einen schönen tag hat rein leute macht irgendwas sinnvolles und es war schon geil es hat mich etwas angetürnt muss ich sagen das fand ich sehr nice spin ist schon etwas ich bin raus ich bin raus ich binenne